Wie peinlich. Heftige Kacknot auf der Heimfahrt. Um seine Mitfahrgelegenheit nicht zu verpassen, verzichtet Matteo darauf, noch in der Uni die Toilette aufzusuchen. Dies rächt sich nun während der Fahrt. Der Druck in seinem Darm steigt dermaßen stark an, dass er befürchten muss, sich vor den Augen seiner Studienkollegen in die Hose zu kacken. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de